Hi meine Süßen da draußen, ich bin's wieder, euer Dagi Boy. Oh mein Gott, wir hatten Valentinstag gehabt und mir war richtig, richtig heiß um die Hummel rum. Viele von euch da draußen haben bestimmt diese geile Handbewegung von mir vermisst. Nun bin ich ja wieder da, um euch mit neuen, coolen, super Videos zu verwöhnen. Ach Gott hier meine Süßen, wollt ihr mal was wissen? Es werden nur noch hammer, sexy, geile Videos von mir kommen, hier auf diesem Kanal. Ich bin so eine geile Biene. Steck mir den Valentin ganz tief in meinen Valentin, denn mir kratzt die Hummel. Wenn dir da draußen, mein liebes Schnückelchen, das Video gefallen, dann kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben. Weißt du? Einen Daumen. Das nächste Mal werde ich euch jemanden vorstellen, eine sehr, sehr sexy YouTuberin. Ich hab's ihnen nämlich noch versprochen. Oh, ich werd so nervös. Oh, drei meine Süßen, ich liebe euch alle. Mua, 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 mua.